Und heute schauen wir mal dem kleinen Renault Zoe auf den Hintern. Wobei klein, muss man sagen, in der Form gar nicht so richtig ist, denn der Kofferraum kann sich durchaus blicken lassen. Das hat aber auch zwei Gründe. Zum einen ist es ja ähnlich dem Clio, was das Platzangebot angeht. Zum anderen braucht man ja auch Platz, zum Beispiel fürs Ladekabel und auch für den Charger. Das ist das Kabel, welches man benutzt, wenn man zwischendrin mal irgendwo an der Schuko-Steckdose laden möchte. Ansonsten aber, wie gesagt, genügend Platz, geteilt umlegbare Rücksitzbank. Das heißt, da lässt sich auch noch mehr rausholen. Wenn man die Gutablage rausnimmt, kann man hier richtig was reinpacken. Und ansonsten gibt es irgendwann auch einen doppelten Ladeboden. Das heißt, die Kabel verschwinden unten drunter und man liegt obendrauf einfach seine normalen Wochenendeinkäufe. Von daher, eins, zwei, drei Kästen Bier passen locker rein. Also klein ist anders.